Heyo Leute, Crymax hier und heute werde ich euch zeigen wie ihr wirklich jedes Auto in eure Garage bringen könnt und das tolle bei diesen Glitch ist, dass ihr ihn wirklich völlig alleine durchführen könnt, also keine Hilfe von einem Kollegen braucht ich mache das ganze jetzt hier mit einem neuen F-Cabrio und ihr seht schon, ja mit diesem Auto kommt man eben nicht in die Garage weil es einfach ein Sportwagen ist ihr müsst euer Auto an exakt dieselbe Stelle stellen wie ich es hier gerade mache also zwei Räder auf der Straße und zwei Räder auf dem Bordstein und es funktioniert wirklich nur an dieser Stelle, weil da das Auto nicht spawnt wenn ihr es da abgestellt habt, dann müsst ihr noch euren Spawnpunkt auf die Garage stellen und jetzt würde ich euch noch empfehlen die Tür zu öffnen, damit ihr später schneller in das Auto reinkommt weil ihr euch wirklich sehr sehr beeilen müsst bei diesem Glitch aber jetzt begibt ihr euch erstmal in die Garage wenn ihr dann in der Garage angekommen seid, dann müsst ihr erstmal einen Hut aufziehen oder den Hut wechseln, wenn ihr bereits einen auf habt und wenn ihr dann das getan habt, dann müsst ihr erstmal kurz warten bis unten rechts das gelbe Laderad wieder weg ist wenn dieser dann auch gleich schon wieder weg ist, dann machen wir im Prinzip auch das gleich wie schon bei dem alten Glitch um wirklich jedes Auto zu versichern wir setzen uns in irgendein x-beliebiges Auto rein und holen unser Handy raus dann gehen wir auf schneller Job und treten irgendeinem x-beliebigen Job bei wenn wir das tun und x drücken, um diesen Job zu bestätigen müssen wir natürlich im gleichen Moment R2 gedrückt halten und so lange R2 halten, bis das Bild im Ladescreen kommt wenn ihr dann in dem Job angekommen seid, müsst ihr natürlich diesen möglichst schnell wieder verlassen um wieder in eure Sitzung rein zu kommen und wenn ihr dann im Vorraum eurer Garage gespawnt seid, dann habt ihr im Grunde genommen auch schon fast alles gepackt nun müsst ihr euch wirklich nur noch sehr beeilen, wie schon am Anfang gesagt um zu diesem Auto zu kommen, weil ihr habt wirklich nur sehr sehr wenig Zeit ihr seht jetzt hier, wie ich mich wirklich sehr beeile und das müsst ihr wirklich auch und deswegen habe ich euch auch am Anfang geraten, die Tür offen zu lassen, weil ihr somit einfach schneller reinkommt wenn ihr dann wieder mit diesem Auto im Vorraum eurer Garage gespawnt, dann habt ihr es wirklich auch schon geschafft nun könnt ihr mit dem Auto wirklich einfach direkt wieder um 180 Grad drehen und wieder in eure Garage fahren und ihr werdet merken, dass dieses Auto nun euch gehört ist natürlich ein sehr praktischer Glitch, wer kein Geld für einen Adder hat oder sonstige Sportwagen kann somit auch, ja, einen Sportwagen zu seinem persönlichen Auto machen natürlich hoffe ich, wenn man das euch gefallen hat, wenn dem so ist, dann lasst mir doch bitte einen Like da und schaut doch einfach mal bitte auf meiner Facebook-Seite vorbei denn dort seid ihr immer auf dem neuesten Stand bis dahin, haut rein Leute, euer Crymax bis dahin, haut rein, 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 haut Bis zum nächsten Mal.